Wir campen irgendwo, passt einfach auf, nicht einfach reinlaufen. Lauf doch mit Waffen, du läufst mit Händen frei. Ey man, die Hände schwitzen. Ein bisschen mehr Funken bitte. In drin, Jungs. Scheiße, wir haben keinen Unimog dabei, wir könnten so reinfahren. Gibt nur einen Gang, du kannst nur von einer Seite rein, von vorne. Okay. Hier hinten gibts nix. Wir wurden so gefickt, mein Gott, wir wurden so gefickt von diesem Hinteringang. Sind wir überhaupt da? Hier mit dem Buschen, hier mit dem Buschen. Ich bin ganz... Hä, Dicken, wir bekommen noch einen Schrein so? Daumen ist einer, Daumen ist einer. Daumen ist einer. Ach, wird auf die Dächer. Das ist die komische Stimmung, die ich in meinem Leben hatte. Lass mich schießen schon, oder? Ja, ja, schießen. Direkt schießen, direkt schießen, das ist ne Stürmung, die hier... Decker, was ist das für ne Lücke, Decker? Wir wollen jetzt Geise nehmen. Wir sind locker alle auf einen Spot oder so. Ja. Dann, wenn wir das... Dann, wenn wir das... Dann, wenn wir das... Seid ihr schon drin, ne? Ja, wir sind... Ah, ist er an, wir sind so groß. Boah, ich fühl mich... Ja, das ist halt deren Vorteil. Boah, ich fühl mich grad... Ich hab Angst, Digga, ich hab bisschen Angst. Ich ja auch, Digga, weil das so groß ist. Ja, runter, hier oben kann man nichts machen. Kann man nicht weg. Digga, die verstecken sich alle... Ich versuche auf den Buschen zu gehen. Ich versuche auf den Buschen zu gehen. Digga, wir gucken auf diesen Hauptspotler. Also den Haupttoys. Digga, wir gehen nicht wieder aus. Komm, komm. Sag mal leise, Moor, ich geh grad hoch. Was sieht das Gebäude? Ich hab doch mehr und das. Ich hab Angst, dass die meine Drohne sind, Alter. Kann sein. Ja, da sind die sowieso. Bei mir hier sind welche, glaub ich. Wo ist das bei mir? Ich glaub, genau bei den, äh, Anwesenszeichen, das Symbol. Warte, ich verlaufe mich hier drin. Ich weiß, Schildmann, hört mir zu. Ich weiß, wo man definitiv reinkommt. Einer kann direkt unten. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Ich wollte grad einen auf unseren Jungs schießen, Digga. What the fuck. Ich glaub, die sind alle im Keller. Ja, alle sind unten im Keller, safe call. Haben die einen Keller? Ja, die haben... Ist hier oben, 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 wo man durch den Tresor runterkommt. Also du weißt schon. Ja, wie, du weißt schon, Digga. Da gibt's einen Aufzug, da gibt's einen Aufzug runter. In diesen Raum sind die. Mit Pumps, alles drinne, mit Pumps. Ist mein Mie, ist mein Mie, ist mein Mie. Ist mein Mie, ist mein Mie, Pumpkan. Auf dem Fraktionszeichen, bei Google Maps. Nicht jeder, rennt da rein. Warte auf, nein, da kann man nicht. Unnötig da rein zu rennen, wenn da rein wäre, sonst bist du tot. Direkt tot, die Champions... Schild doch mal! Hört mir zu, ich steht wieder alle da. Ich steht wieder alle wie Autisten da. Jung, sick der geht lang, geht doch mal alle weg jetzt. Egal, egal, scheiß warum. Warte, warte, warte. Vorsichtig, lass mal vorsichtig. Diesen Keller hier hinten. Kann sein, dass es ne Falle ist, dass die auch dann von hinten kommen. Das ist ne Miese Falle. Ah nein, hinten denk ich doch. Einer ist los, einer ist los. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Ich weiß nicht wo ihr seid. Soll ich rein stürmen? Nein, 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 keiner geht rein, keiner geht rein. Geht nach hinten, geht nach hinten, alle nach hinten. Alle nach hinten. Jungs, wenn wir das hier... Wir machen das einzeln, wir müssen das hier einzeln machen. Ich renne durch einfach. Einer auf die andere Seite, einer rechts durch. Einer soll durchrennen. Ich weiß nicht wo sie sind, hä? Jetzt guckt einer auf der Seite. Jungs, ich hab eine gesagt, ich hab eins gesagt. Einer geht hin, Mo geht dahin, ihr geht alle dahin. Die zwei anderen gehen wieder weg. Keine glaube ich mehr. Oh mein Gott, wie viele da sind? Doch, doch, da sind noch welche. SCK einfach reinstehen, Wasser. Die SCK. Da ist keiner mehr, da ist keiner mehr. Ey, es war gar nicht. Mo, ich geh rein. Mo, ich geh rein. Wenn ihr mich immer trippt, ich schuhe. Ich raste aus, Alter. Passt auf, passt auf. Oben ist Kling, oben ist Kling, oben ist Kling. Passt auf, passt auf. Unten der Keller. Hört mir zu. Nein, nein, nein. Unten Keller, unten Keller, unten Keller. Einer hat... Alle bei mir bei Keller. Ja, schild doch mal. Wir gehen da wie ein von mir. Was sag ich? Ich geh rein, Digga. Es kommen wieder 20 Mann mit, Digga. Wir sind ja auch zu. Nein. Okay. Ich bin auch... Äh, weiß ich mal ungefähr, wie die das sind. Hör zu. Okay, da ist ein... Nein, nein, das ist ein... Ey, wie seid ihr jetzt untergekommen? Nur einer, nur einer. Nur ich geh. Ich, nur ich geh. Nur Hassan, nur Hassan. Wenn Hassan tot ist, dann ist Hassan tot. Okay, wir können, wir können weiter rein. Okay, jetzt. Aua. Oh mein Gott, einer Mann. Hör auf, hör auf! 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 Wahla, ich hab Angst, sie mich treffen, Einer. Ah, Hassan, da! Oh, wir sind. Hör auf! Hassan, da! Hinter dir! Wollai, nicht von dir aus schießen, nicht von dir aus schießen! Schöne mal, jetzt jetzt mach ich mal ein bisschen was, ne! Geht doch weg, Hassan, da! Hinter dir! Hör auf! Hinter euch, hinter euch, rechts und links! Hassan, rechts, ja noch einer! Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, Bruder! Geh mal weg, Digga! Geht doch, heut aufzuschießen, dann geht's nicht euch! Geh mal weg, mach noch einen, hab noch einen! Nicht so viele unten sein. Hassan, hier ist auch noch... Geht doch weg, ja dann geht doch weg die Karnas ist so doof von euch die Karnas ist so doof von euch die Karnas ist so doof Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, hör doch weg Geh doch weg Anna, was ist das? Jungs hört auf Anweisungen Ich bin doch weggegangen Alle weg, alle weg mit Pistole, alle jetzt raus Alle mit Pistole weg, auch du mit dem Weißler Weg, weg, einfach weg, einfach weg hinter mir Geh weg, geh weg Ey, äh, musst du die Lukus nach, Lukus nach diesen Eingang, ich koch auf die anderen Ich hab den getroffen glaub ich Ja doch, dicker, ihr ist viel zu eng wie, hier sind drei Leute, hier ist das nicht gut Ja deswegen Bistole Nicht schiessen, lass der es meinen fluffy Oh mein Gott Ich hab 6! Oh mein Gott! Was ist das denn los? Hab einen, hab einen! Passt auf, passt auf! Passt auf! In dem noch welche? Warte ich warte auf... Ey Jungs! Ich hab 5 Leute gerade hier drinnen geholt. Die sind Wichsen. Ich hab einen. Ich hab aus den Hassan gekillt. Wie der nach oben zeigt. Ey, ich seh schon wie Hassan schreit Digger. Ich fühl es. Ich fühl es. Warum ist der Schossen worden? Ich hab ihn aus jemandem getötet, weil er vor mir gelaufen ist. Wieder Teamkills. Zwei Teamkills gemacht. Jungs, so hyperaktiv Digger. Ich hab einmal 5 Leute geholt. Ich fühl mich gerade vor das Digger. Warte mal Bila, die können alle nicht schießen. Ich schlache alle nicht schießen. Es kommt bei den Nantes jetzt. Passt auf. Durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Okay, alle tot. Alle tot, okay, mach Ding. Sind alle tot? Ja. Doch, Mo hat es doch gerade gesagt. Ja, okay, dann. Es kommt bitte zu mir. Am Eingang. Ja, okay. I'm done. Yeah. She's on the floor.